Wussten Sie schon, dass Sie das, was Ihnen wichtig ist, jetzt ganz einfach mit anderen teilen können? Speichern Sie Ihre Dateien einfach mit dem Mediencenter in die Telekom Cloud. Einmal gespeichert, können Sie diese jederzeit mit Ihren Freunden teilen. Dazu wählen Sie die Dateien einfach aus und laden Ihre Freunde mit einem Klick über das Mediencenter ein. Schon können Sie Ihren Freunden zum Beispiel Ihr Lieblingsvideo oder Ihre neuesten Urlaubsfotos zeigen. Ganz gleich, wo Sie sind und ganz egal, ob Sie mit einem Smartphone, PC oder Fernseher auf Ihre Dateien zugreifen wollen. Immer und überall Zugang zu meiner Welt. Mit der Telekom Cloud.